So! Schöne Bonjour! Wir haben Sondesmoyers halve eng. Wir testen nun mal Vloggen via Handy. Das Programm von heute. Wir fahren nun Peter Buschkoa für mein Start. Wir holen nun den Zug auf mich. Und dann mit dem Fenikulär auf den Kirschbisch. Und dann für mein Tram. Gucken, was das geht. Hoffen, dass ihr mit dem Zug könnt. Und dann melden wir es von der Stadt. Bis dahin! So, wir haben nun unser Zuggericht für Richtung Mirsch. Mirsch tut nun falsch gleich. Das gehe ich mir vorhin weiter Richtung Pafendal mit einem Depart in 3 Minuten. Das geht gut. Bis bald! Dann kommt! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, wir sind noch am Bafen der Lukom und wir sind schon noch den Füllenküller. Ich weiß, es ist um einen ersten Tag, um einen vierten Tag. Ah, erster Stoffen. Korrekt. Sehr schön. Achso, andersrum, wir müssen drüben rein. Ja, wir laufen auch. Der fährt immer wieder. Der fährt automatisch immer wieder, immer wieder. Ja, das geht schon. 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 Ja, da gehen wir direkt zum Baustruism. Wir sind in den Hochschrank und können auf sießen fahren. Mal gucken, was das geht. Ein schöner Traum gefunden. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.